hallo und willkommen zu einer neuen folge von star trek deep space nein natürlich nicht attack online aber wir sind auf deep space nein das fühlt sich alles auch sehr deep space neinig an und wir laufen jetzt hier unsinnig im kreis ja natürlich auf so konferenzraum da ist auch unser gründer jawohl gründer auch gut dann mal hier dr. mattock du hast die honor of fighting the herk to defend your home as a warrior born jem park is not willing to face the truth there are klingons who fear the herk hiding behind politics and rules greff are waits for their worthless souls know this there are still klingons who know where their blades belong we will not dishonor our ancestors and ignore the herk we will fight them to our dying breath in the name of calus and the empire it is on hapla ah the newly appointed first i'm glad we had a moment to talk before the summit begins your report on the other attendees and their positions was appreciated by myself as well as the founder i hope you realize the distinct honor that has been bestowed upon you to speak directly to a god is a privilege one's seldom offer to a jemadar i trust you will not abuse it ich lebe um den gründern zu dienen hello again i spoke with odo about the vision we discussed he's agreed to clear a mission to the old sector opaka the former kai i mentioned lives there now beinhalt das ihre vision i believe so yes the kai has a condition that has prevented her from leaving until now odo has provided us with data that could lead to a cure if there is a chance i'm willing to take it her wisdom could help us all greatly i realize this is a lot to take in but i hope i can count on your help when the time comes hello i have high hopes for this summit many worlds in this quadrant have been attacked by the hirc including my own we must all realize that without the dominion the hirc will wreak havoc throughout all quadrants and we will all suffer i can't help but think that there's a path to a peaceful resolution all of this there's got to be some way to end this madness before more lives are lost vielleicht gibt es einen if i can have everyone's attention thank you let's begin the summit we have a lot to discuss am i done thank you all for coming by now you should be aware of our tactical situation the dominion as you know it is on the verge of collapse we've withdrawn to our core systems and the lines are holding for now without your help the hirc will win the war of attrition what about your outer systems we're receiving refugees here from those areas we have one fleet left admiral that's hardly enough to defend the entire dominion i'm failing to see how this concerns the empire the recent battle here is a sample of what the hirc can do if you think they'll stop at the wormhole you're sadly mistaken need i remind you that the dominion came to your aid in the iconian war i seem to recall klingons placing high value on debts of honor or has that changed mind your tongue changeling i will not be insulted okay oh nein admiral quinn to ops what's happening we're under attack admiral it's the hirc breeding her boarding parties multiple decks they've concentrated in the damaged pylon or processing area get to that damaged pylon section and lock it down before the hirc trigger an explosion that could wreck the station that could wreck the station that did it go there hmm there is here there is as as Hallo. Oh, das sieht nicht gut aus. Die haben sie gut umgesetzt und wägen sich echt in Sequenzen sehr insektenartig. Oh, hier so glückt es in der Knotisch. Die Knotisch. Die Knotisch. Die Knotisch. Die Knotisch. Die Knotisch. Die Knotisch. Irgendwo da oben. Ja, ich kann die auch von der anderen Seite bedienen. Macht euch keine Gedanken. Äh, was? Vielleicht noch nicht. Willst du weg, Gerard? Ich glaube, dass ich jetzt zwar alles mache. Ich bin der Knotisch. Ich bin der Knotisch. Ich bin der Knotisch. Du musst deinen Weg nach oben machen, um die Umgebung zu stecken und die Sicherheitssysteme dort zu starten. Ich bin der Knotisch. Ich bin der Knotisch. Sehr gut. Dann drehen wir mal die Säule. Komm. 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 Na, geht doch. Na, oder auch nicht. doch wir können hier hoch da warten sie ja schon und eigentlich immer da kollegen um hängen die da unten fest das ist ein da stehe ich gar nicht drauf 19. Na, geht auch. Okay, du bist fast klar. Die Sicherheitssysteme für die Umgebung sind gerade aus der Linie. Du musst die Kraft an dieser Seite verstetigen und die Sicherheitssysteme reinstellen, um alles wieder auf der Linie zu bekommen. Okay. Let's see if you know. Alright, die Sicherheitssysteme sind reinitialisiert. Sie sollten in ein paar Minuten gehen. Nice work. Hold on. Ich habe mehrere HIRC-signes in deinem Bereich. Sie sind auf deinem Position. Ich brauche dich, um diese Seite aus der HIRC zu retten, bis die Systeme kommt wieder auf der Linie. Wenn sie in, bevor das passiert, dann können sie es wieder auf der Linie. Oder besser. Verstanden. Da ist er ja schon. Oh, also kein Sound mehr. Ja, das war so klar, weil unsere Leute da unten rumstehen. Ja, wie es war. Das ist so dumm einfach nur. Wie ist es jetzt hier? Oh, und die Fitch-Schleifen scheinen dann, wie es aussieht. Oh, hier ist schon wieder ganz Sound. Hintergrundgeräusch fehlt da. Aua. Rechts aber dann bei mir. Rechts aber dann bei mir. Und eigentlich meine Leute. Komm sie nicht hier bei mir. Komm sie nicht hier bei mir. Ja. Ja. Ja, das ist doch nicht. Ja. Na, das ist doch gut. Ja, das ist doch echt. Ja, das ist doch gut. Ja. sind unterwegs exzellent erste DS9 hat alle verfügbaren schiffe im sektor um unterstützung gebeten station und eine vielzahl von civilen schiffen werden angegriffen brauchen sie auf der brücke die transporter stehen bereit wir bieten sie auf ihren befehl hin auf ihr schiff zurück aus da genug jetzt verarbeitet herk are attacking the station and several civilian vessels in the system i've sent ships to assist them but i'm concerned our forces are spread too thin i'd like you to work with those ships to protect the civilians while the rest of us defend the station first two con rex will accompany you as a combat escort wie sie befehlen können starfleet vessels this is quinn protect civilian targets mein ingritte ehemann so ich da Machen wir doch. jetzt muss ich mir gern ok ich habe keine ahnung was zuerstes fliegen und dann sollten wir dahin dann können wir die nacheinander erledigen einfach im kreis fliegen ok da ist es gut ich habe dich wirklich klar ouch ja sind explodiert ja man merkt dass wir nicht in den Ballstuhl sitzen man merkt es so sehr deutlich dann fliegen wir mal zum nächsten macht das schon besser da war eines gerettet wir da helfen müssen wenn irgendwann auf und impuls gehen kann endlich a kremer mal abschiffen da los, alle wieder schiff ah gott ihr da Sie sehen gar nicht gut aus. Anpassung mit der Antischwecke. Ich habe alle Schiffe in diesem Sektor regroupen und vorbereiteten für die Krieg. Wir hoffen, dass es genug ist. Die Schiffe haben weggeklariert. 4 Schiffe sind weggeklariert. Herr, ich brauche diese Systeme online! Ich habe keine Angst vor mir zu zeigen. Dirk, keine Angst. Ich werde ihnen 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 enseñe. Nein, da oben ist er dann wieder irgendwo. Fiesmüssig-Kontakt, das klar. Oh, warte, nicht lohnt. Oh Gott. Hilfe. Autsch. Oh Gott ey, ein Ratteson. Na, das war's. Keine Chance. Keine Chance ey. Der ist in dem Weg da umsack. Nein, schlecht. Nein, schlecht. Das ist so schön. Das ist anstrengend gerade. Ich bin aber da hin, da brauch ich gar nicht weiter abschliessen, wir müssen jetzt nicht. Ich denke, ich kann das nicht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Uh, ich glaube, wir haben es geschafft. Untertitelung. BR 2018 Sieg bedeutet Leben. Ehre den Gründer. Untertitelung. BR 2018 Ich verstehe, geehrte Älteste. Alle Decks haben Berichterstattet Erste. Wir sind auf Ihren Befehl startklar. Na dann. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 That was unexpected, but I suspect it will show the Alliance just how real the Herc's threat is to all of us. After today, I'd like to think that letting the Herc destroy the Gamma Quadrant is not a viable option. for most of them anyway. In the meantime, I have received a request from Kai Kira of Bajor. She's asked to lead a mission to the Ennis system and I've approved it. She has also asked for your assistance provided. And first, make sure she comes back safely. Consider it your highest priority. Dismissed. Bodenwaffe, oder? Hmmm. Maybe this Güte is nothing, but with a glove. I think it's a good thing, fool! Congratulations on the filters Dankeschön. Können wir mal gucken. Wie ihr seht, hier ist schon einiges ausgelövelnt. Ich brauche deine Hilfe mit einer sehr sensitiven Mission. Ein former Kai, Opaka, wurde auf einem... Ups. Ich brauche deine Hilfe mit einer sehr sensitiven Mission. Ein former Kai, Opaka, wurde auf einem Prisodium im Gamma Quadrant in 2369. Alien nanotech in her system prevents her from leaving the Moon, but it also sustains her life indefinitely while on the surface. It seems the Wardens of the Prison were planning on curing and granting amnesty to the prisoners until their planet was decimated by the Herc. Somehow, the Dominion managed to obtain the cure, and they provided it to us as a peace offering. The Moon hasn't been hit by the Herc, but it's only a matter of time. We need to cure Opaka and the others and get them out of there, before that happens. Oh, F-Links-Kleidung, okay. Na gut. Dann machen wir hier einen Punkt an. Umflank hier. Wie man sieht, hier beim Ruf ist noch nichts. Keinerlei Marken. Aber da wir jetzt einen Punkt vergeben haben, sollten wir doch erst mal Ruf ausrüsten. So. Und dann können wir doch hier gucken. Da. Klein. Inversal-Tech-Upgrade. Okay. Kann ich das verschieben? Das ist bestimmt an mich gebunden, ne? An den Charakter. Ja, an Charakter gebunden. Das heißt... Ach, komm schon. Und dann benutzen wir das noch einfach mal für die Waffe. Wir bekommen auch mal, das ist ja... Wow. Das hat uns jetzt weit nach vorne gebracht. War jetzt echt nicht effektiv hier. Aber okay. Dann beende ich jetzt hier auch mal die Folge langsam. Ich danke mich fürs Zuschauen. Und vergesst nicht. Sieg bedeutet Leben. Tschüss.